So funktioniert das doch, oder? Durch den Block mehr weit zum fuckern ist das doch gepowert, oder? Ach, das schaffen wir mit dem Sprung sicherlich. So funktioniert das doch. So. Ich denke, brauchen wir hier noch ein bisschen Antrieb, dass wir da auch hochkommen. Hier nochmal drei. Und dann fahren wir gleich einmal den Weg, um zu gucken, dass das Ganze dann reibungslos läuft. So, hier können wir das nochmal beschleunigen lassen. Hm? Okay. 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 Und dann können wir diese Bahn dann eben auch fahren. So, ich kann es nochmal beschleunigen lassen. Meine Spitzacke ist zu stark. Ich kann es nochmal beschleunigen lassen. So. 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 das rum. Muss ja beidseitig funktionieren. Jetzt mal auf hier. So. So, dann kriegen wir hier wieder Boost und dann geht's los. Rühren! Okay, der Creep hat mir jetzt ein wenig Angst gemacht. Jetzt haben wir jetzt unser erstes Mal in Kavanschmack. Aber zwei Verbindungen. Enderportal zu... Keine Ahnung, wie was denn... Warwing Fortress bin ich eigentlich für. Warwing hieß damals, die Stadt, die wir gebaut haben. In der einen Season. Dann kann das die Warwing Fortress sein. Okay. 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 Das läuft. Okay. 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 das läuft doch sehr gut auf beiden seiten ich bin voll zufrieden damit das kaffee das gelaufen ist wirklich wir sagen jetzt heute das hier geschafft haben machen wir hier meinen katja dann fürs zusammensiert reiner juli adios